Unsere aktuelle Kastrationskampagne findet statt in Paterat, das ist in der Nähe von Kluschnabok in Rumänien die grösste Mülldeponie von Europa. Neben sehr vielen Menschen in Not hat es dann natürlich auch unzählige Hunde, die unsere Hilfe brauchen. Kastrationsaktionen sind die einzige nachhaltige Möglichkeit, die Überpopulation von Hunden und Katzen tiergerecht einzutämmen. Bitte unterstützen Sie unsere Kastrationsprojekte.